Mein Name ist Hans-Peter Drechsler. Ich bin hier Braumeister und Geschäftsführer zuständig für Technik und Logistik bei der Brauerei Schneider-Weiße in Kelheim. Das Unternehmen ist ein Privatunternehmen und mittlerweile in der sechsten Generation. Beim Bierbrauen ist mir natürlich wichtig, dass am Ende ein sehr gutes Produkt rauskommt mit sehr gleichmäßigen Qualität. Wir brauen ja hier noch unser alten Brauverfahren, nach dem traditionellen Weiß-Bier-Brauverfahren. Das heißt, dass wir ein Produkt abfüllen, das zum Zeitpunkt des Abfüllens noch nicht ganz fertig ist. Und das hat natürlich besondere Anforderungen auch an diese Füllmaschine. Der neue Füller ersetzt ja eine alte Maschine. Die Anforderung war natürlich eine neueste Generation an Steuerungstechnik. Die Anforderung war natürlich ein sehr hohes hygienisches Niveau. Wir füllen zum Beispiel im Unterschied zu den meisten Kollegen mit Sterilluft ab, als Vorspanngas. Dadurch können wir auf die Vorevakuierung verzichten, die normalerweise üblich ist, wenn man mit Kohensäure fährt und erspart uns natürlich einiges an Energie. Die ersten Erfahrungen waren sehr gut oder sind sehr gut. Wir haben ein paar Dinge festgestellt, die uns eigentlich überrascht haben. Zum Beispiel, wir hatten eine Energieeinsparung jetzt festgestellt. Mit der haben wir zunächst einmal gar nicht gerechnet. Das tut uns natürlich gut und wir haben eine sehr hohe Effizienz festgestellt und die Störanfälligkeit ist etwas gering. Das tut uns natürlich gut und wir haben uns wieder etwas gehalten. Vielen Dank.